Vermögenssicherung durch GbR-Vertrag An diesem Schutzschild beißt sich jeder Gläubiger die Zähne aus. Schon mal über die Gründe einer GbR nachgedacht? Absurd, meinen Sie? Nun, dann haben Sie wirklich keinen blassen Schimmer, welch unüberwindbarer Schutzschild diese Gesellschaftsform in Wahrheit ist. Bewegliche und unbewegliche Güter, Einkommensquellen, Außenstände, es gibt praktisch keine Vermögenswerte, denen Sie nicht im Schutze der GbR in Sicherheit bringen können. Dieser Ratgeber sagt Ihnen, was Sie beachten müssen und er entkräftet auch den beliebten Einwand namens Durchgriffshaftung. Sie werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Zu dieser aktuellen gebundenen Buchausgabe gehören als Beilage auf einer kostenlosen CD-ROM anpassbarer Schriftverkehr und weiterführende Informationen bezogen auf den Inhalt dieser Publikation. Beim günstigeren Download sind im Paket sämtliche Unterlagen von der CD-ROM ebenfalls kostenlos enthalten. Nutzen Sie das kostenlose Informationsmaterial auf dieser Webseite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie entspannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017